Musik Zum einen feiern wir das 30-jährige Jubiläum der TH Bildungszentrum GmbH und zum anderen den Erwerb dieses schönen Hotels. Und wir konnten das kombinieren an diesem Tag und wollen gemeinsam eine schöne Feier anstellen. Ganz gespannt bin ich erstmal auf das gute Essen. Danach freue ich mich auf verschiedene Show-Einlagen, die über den Abend geplant sind, die eine oder andere Rede und insbesondere auf den kommunikativen Austausch und einfach ein fröhliches Miteinander. Was mich am meisten erfreut, ist diese Kontinuität, die wir haben und diese permanenten Steigerungen und dieses Wachstum, was auch nicht innehalten wird. Und dass das, was damals gesät wurde, in solchen wunderbaren Früchten aufgegangen ist. Und ich bin nicht bange um unsere Zukunft. Der Erfolg resultiert daraus, dass wir kontinuierlich an unserer Qualität arbeiten. Das ist das Wichtigste, was uns weiterbringt und damit auch Multiplikatoren schafft. Der eigentliche Wert eines Unternehmens besteht nicht unbedingt aus dem selbst die Bilanz oder Anwältezahlen, auch wenn wir uns diese täglichen Tagesgeschäfte immer mehr fordern oder beschäftigen. Was den wahren Wert dieses Unternehmens ausmacht, sind vielmehr alle Menschen, die dazu mit ihrem Einsatz beitragen. Genießen Sie den Abend und lassen Sie uns nicht lange über die letzten 30 Jahre reden, sondern lassen Sie uns gar nicht mehr reden. Die Zukunft von morgen gehört uns. In diesem Sinne, schönen Abend und ganz Gute. Beeindruckend, muss ich sagen. Habe ich noch nie so in der Form gesehen. Das war ja nicht irgendeine Lichtschurfe allgemein. Für das allgemeine Publikum, sondern auf uns, auf die TA zugeschnitten. Also eigentlich war halt alles drin, was so in all den Jahren passiert ist. Dass wir wirklich so alles irgendwie umfassen. Das war schön. Ich finde es geil, dass ich dabei sein kann. Und ich freue mich unheimlich, weil ich denke, wir haben so viel Potenzial. Und ich freue mich einfach, dass wir diesen Weg mit der TA gemeinsam gehen können.